Bitte neuntes Türchen, dein Wunsch ist mir befehlt. Kaufe deine ganze Schminkroutine und schenke sie deiner Community. Meine ganze Schminkroutine. Schwester, da brauchen wir einen Koffer. Aber für euch alles. Los zum DM. Ich bin direkt losgedüst, buchstäblich. Und ich wünschte, diese Orientierung, die ich im DM habe, hätte ich auch in meinem Leben. Weil ich musste gar nicht suchen, Leute. Ich weiß ganz genau, wo meine Produkte sind. Und ich habe alle mitgenommen. Hier hat mich eine Mitarbeiterin erwischt. Gar nicht peinlich oder so. Nachdem ich den DM gefühlt leergeräumt habe, war ich noch beim Sephora und dann war ich wieder zu Hause. Mein Eyeliner, Mascara und Concealer. Meine Foundation. Mein Beautyblender. Mein Wimpernkleber. Huda Kayal Wimpernzange. Child Tilbury Glow Kit. Mein Fixing Spray, sogar ein Set. Huda Beauty Schwamm Blush Kayal. Memiras Wimpern. Abschminkwasser. Ich liebe diese zwei Sachen. Child Tilbury Lippenstift. Habe ich was vergessen? Sogar Reinigungswasser und Wattepads habe ich geholt. Das Ganze werde ich an eine Person schenken von euch. Und wenn wir danach nicht aussehen wie Zwinge, dann packe ich auch eine Perücke mit rein.